Wölf, wer? Patricia Gemperle von Wattwil. Ja, schon ganz heiss. Ja, ich habe eure Handschweisse. Handschweisse? Ja. Aber jetzt läuft. Aber willst du den noch abputzen? Oh, das ist die Schlüsse. Ich muss den noch abputzen. Serviette da. Serviette da, gut. Damit der Nächste... Ich bin nur stark. Ahhhhhhhh! Patricia, du hast dich! Lauf ich denn noch? Lauf ich denn noch. Oh, ich muss nicht aufstehen. Mal komm, einmal noch mit einer Ahnung. Ich würde mich nicht spielen. Ich würde mich nicht freuen. Ich würde mich nicht hören. Oh, ich würde mich doch nicht. Ja! Patrizia Empel von Atri, mit dem 12, die Häuze der Viat-Chimpol-Etscheiden-Tor.